Hat Itwan Igor die 100 Euro gewonnen und die Probleme über 2. Kündige 15.1 und 2. Kündige 14.29 gelöst? Es war ja damit zu rechnen, dass Igor ein schlechter Verlierer ist und mit Händen und Füßen nun versucht, seine Richtigstellung von 2. Kündige 15.1 und 2. Kündige 14.29 zu verteidigen und zu meinen, er hätte die 100 Euro gewonnen. Er schrieb, du bist ja ein richtiger Dummschwätzer. Erstens, du zeigst nicht die Endfassung meiner Tabelle und zweitens, du zeigst sie nicht komplett. Und weißt du, warum du das machst? Weil du widerlegt worden bist in allen deinen Behauptungen. Wenn du die Chronologie weiterverfolgst, dann siehst du, dass alles ineinander passt mit Hoshea, Hiskia und Pekach, Asayahu und Pekachia und Menachem. Und du weißt selbst, dass die Abfolge der Chronologie von Sahai überhaupt nicht abhängt. Ich weiß, es ist schmerzhaft, seine Niederlage zuzugeben, besonders wenn man pradrig seinen Hörern gepredigt hat, dass der jüdische Kalender falsch sei und jetzt kommt ein Jude und dazu eine Orthodoxe und macht alles kaputt. Oje, oje, hier nochmal die Tabelle. Seine Niederlage über 2. Kündige 15.1 und 2. Kündige 14.29 versucht er damit zu kaschieren, indem er über ein anderes Thema redet, das ich in den 100 Euro Video an Schlomoraskin überhaupt nicht erwähnt habe. Auch habe ich mit Albert Schamanoff gesprochen. Er möge nur über 2. Kündige 15.1 und 2. Kündige 14.29 was zu sagen. Dies ist dem Egor alles entgangen und versucht sich irgendwie zu retten, dass er das 100 Euro Problem nicht sachlich lösen konnte. Es gibt viele Stellen, die Probleme bereiten im jüdischen Kalender, welche ich im Chronologie Video im Vergleich mit Roger Liby und der Nature 23 Chronik angegeben habe, welche ich vor das Einladungsvideo an Albert Schamanoff gesetzt habe. Diese ganzen Problemstellen im Video über den jüdischen Kalender standen nicht zur Debatte an Schlomoraskin und Albert Schamanoff. Wie lang zum Beispiel die Juden nun im Babylon waren, 52 oder 70 Jahre oder auch die Hosea-Thematik, da es über diese ganzen Punkte Auslegungsspielräume gibt. Daher habe ich mich auch nur über 2. Kündige 15.1 und 2. Kündige 14.29 an Albert Schamanoff und Schlomoraskin gewendet. Da es hier ein unüberbrückbares Widersprechen des jüdischen Kalenders mit den Schriftstellen im Tenach gibt. Nachdem wohl Igor sah, dass er doch keine Chance hat, 2. Kündige 15.1 und 2. Kündige 14.29 im Einklang zu bringen mit dem jüdischen Kalender, versuchte er sich um andere Stellen im Roger Liby Video zu konzentrieren, um irgendwie noch was zu reißen, nach seiner Niederlage über 2. Kündige 15.1 und 2. Kündige 14.29, wo es zu Unterschieden in der Chronologie kommen würde. Eine Stelle, die nicht zur Debatte stand an Schlomoraskin, die König-Hosea-Problematik, die Igor aufgriff, siehe hier. Nature. Was ist genau dein Problem mit 9 Jahren ohne König? Es steht, und Hoshea, der Sohn des Ela-Zettel, eine Verschwörung anging, Pekach, den Sohn Remal-Yahu, erschlug ihn und tötete ihn und wurde König an seiner Stelle. Im 20. Jahr Jothams, des Sohns von Usia. Das war 3.186, 87 und dann steht im 12. Jahr des Ahas, des Königs von Judah, wurde Hoshea, der Sohn Ela in Samaria König über Israel, 9 Jahre. Das 12. Jahr von Ahas war 3.195. Was ist zwischen 3.186 und 3.195 geschehen, wenn Hoshea erst 3.195 anfing, König zu sein? Was ist das Problem? Dazu schrieb ich, Idman, pass mal auf, bevor du mir sagst, ob es 8 oder 9 Jahre keinen König gab, schau dir erstmal meine Sicht der Dinge an. Auch der Rabbine Albert Schamanow hat zugesagt, darauf einzugehen. Nature 21 und das Video mit dem Titel des Videos. Da wirst du sehen, dass ich keine Probleme habe mit 8 oder 9 Jahren, keinem Israel-König im Königreich Israels. Falls du es noch nicht bemerkt haben solltest, der jüdische Kalender zählt keine 8 oder 9 Jahre ohne König in Israel. Gerne kannst du das Problem auch untersuchen im jüdischen Kalender, nicht nur 2. Könige 15.1. Und genau das ist auch Igor sein Problem, dass das Thema Hoshea keinen Eingriff in die Chronologie unternimmt. Also egal, was mit Hoshea passiert, die Zahlenchronik vom jüdischen Kalender würden sich nicht ändern, siehe hier. Ob nun 9 Jahre Hoshea nicht regierte oder er 20 Jahre regierte, wir würden immer noch im Jahr 5779 nach Adam leben, laut dem jüdischen Kalender, wie man hier sehen kann. An den Zahlen des Kalenders ändert sich nichts. Er schrieb, warum sagst du, dass der jüdische Kalender ein Problem hat, 9 Jahre ohne König zu sein? Und wenn das ein Problem wäre, Hosheas Regierung endet 3205 nach dem jüdischen Kalender. Hiskias Antritt ist 3199, das dem 3. Jahr von Hoshea entspricht. Was sind deine Quellen für den jüdischen Kalender? Darauf schrieb ich, mit den 8 oder 9 Jahren hast du recht. Hatte da noch eine Notiz gemacht im jüdischen Kalender? Dann stimmt aber Hosias Antrittsjahr nicht überein mit 2. Könige 15.1, 3183, wo der Ahas König laut jüdischen Kalender, damit müsste Hoshea 3095 an die 9-jährige Macht gekommen sein. Er kommt ja nach jüdischen Kalender, aber erst 3197 an die Macht. Lass uns nicht darüber weiter diskutieren, bis du mir die Königszeit von Jerobeam II. bis Hiskias Regierungsende aufgemalt oder per Excel-Datei gesendet hast, damit wir nicht zu oft aneinander vorbeireden. Also hier nochmal klar gesagt, dass es hier zwar Auslegungsproblematiken gibt im Bereich des Hoseas, aber wie wir hier noch sehen oder auch schon gesehen haben, steht es doch im jüdischen Kalender, dass Hosea doch hier die 8-9 Jahre nicht regiert hat, wie es auch in meinem Kalender hier eingemerkt ist. Und wie gesagt, das ist überhaupt hier kein Problem, wenn es um die Kalenderchrone geht. Hier erklärt ich ihm, dass die 9-jährige Zeit nicht wirklich die Chronologie verändert. In meinem jüdischen Kalender ist die Hosea-Thematik umstritten, aber dennoch steht auch im jüdischen Kalender, dass Hosea 8-9 Jahre nicht regierte. Was aus dem Kalender, den ich hier habe, doch hervorgeht, so ist die Hosea-Problematik nicht wirklich mehr ein Problem. Und dass es mir auch hier nicht ging, um die 100 Euro, die ja Igor meint, gewonnen zu haben, da er 2. Könige 15.1 und 2. Könige 14.29 gelöst hätte, was sich hier als großer Unsinn herausstellte. Nachdem ich das Video herausbrachte, schrieb er, Nature, schau hier, du kannst es einfach herunterladen. Das war die Endfassung. Er schickte mir also nochmal eine vierte Version der Tabelle zu. Diese Endfassung behebte nicht das Problem zu 2. Könige 15.1 und 2. Könige 14.29. Auch nicht in der Endfassung seiner Liste hier. Ich schrieb ihn hier rauf. Hier geht es nicht um Hosea. Hier geht es um 2. Könige 15.1 und 2. Könige 14.29. Darüber hast du kein Wort verloren in deiner Erklärung zum jüdischen Kalender mit Fakten. Wenn du deinen Kopf benutzt hättest, würdest du sehen, dass selbst in der Nature 23-Kalenderberechnung Hosea 8 Jahre nicht regiert hat und die Stelle kein Problem ist. Also mach ein Video, eine Predigt und eine Abschluss-Excel-Tabelle, wo du 2. Könige 15.1 und 2. Könige 14.29 mit dem jüdischen Kalender im Einklang bringst. Kannst du das nicht, schriftlich oder in der Tabelle, dann lass andere ran, das zu beweisen, dass es trotzdem passt mit 2. Könige 15.1 und 2. Könige 14.29. Da Igor wusste, dass er das Problem nicht lösen kann über 2. Könige 15.1 und 2. Könige 14.29 und verloren hatte in der 100-Euro-Sache, startete er ein Ablenkungsmanöver und konzentrierte sich nur noch auf die Hosea-Problematik, um bei seinen Zuschauern über sein Problem, um das es auch hier geht, 2. Könige 15.1 und 2. Könige 14.29 abzulenken. Er schrieb, Nature 23, warum antwortest du mir hier? Gehört es auch zu deiner Methode, deine Zuhörer zu betrügen? Nature 23, du löschst meine Kommentare. Gut so, denn ein Narzisst darf nicht verlieren. Da ich Igors Taktik durchschaut habe, dass er versuchte abzulenken, um seinen Ruf zu retten, machte ich ihn weiterhin aufmerksam, dass er das Problem 2. Könige 15.1 und 2. Könige 14.29 nicht gelöst hätte. Mir war klar, dass ihm die Argumente ausgingen. So kam es dazu, dass er jetzt ablenken wollte und auch noch meinte, ich würde Kommentare löschen, was ich nicht tat. Ich schrieb ihn. Sag mal, du schickst wohl nichts. Das Video an Schlomo Raskin und Albert Schamanoff handelt von 2. Könige 15.1 und 2. Könige 14.29. Hast du es überhaupt gesehen? Nein, jemand soll das Problem darüber lösen. Dass wir beide uns auch um Hosea unterhalten haben, ist ein anderes Thema, das nicht mal auf die Chronologie des jüdischen Kalenders eingreift. Und ich habe dir auch gesagt, dass Hoseas Regierungszeit umstritten ist und dass der jüdische Kalender auch eine 8- bis 9-jährige Zeit hat, wo Hosea nicht regiert hat. Aber es dort keine Einigkeit gibt. Also nochmal, ob nun Hosea nicht regierte, 8 oder 9 Jahre, hat überhaupt nichts zu tun mit den Unterschieden in der Chronologie. Wie? Weder in Bezug auf jüdischer Kalender noch Nature-23-Chronologie. Wenn du jetzt immer noch nicht gescheckt hast, dass auch deine aktuelle Excel-Datei das Problem um 2. Könige 15.1 und 2. Könige 14.29 nicht löst, sondern auch bei dir, Jerobe an den Tods, seines Sohnes überlebt hat, was er nicht kann, laut Tenach. Also rede keinen Unsinn. Dazu weiter an Ithman. Ich lösche keine Kommentare, sondern gebe Kommentare nicht frei, die Beleidigungen enthalten oder unsachlich sind. Wenn du möchtest, dann mache ich ein weiteres Video hier über deinen schlechten Versuch, 2. Könige 15.1 und 2. Könige 14.29 zu erklären. Darauf reagierte er nicht mehr, da er sah, dass ihm die Argumente ausgingen zu 2. Könige 15.1 und 2. Könige 14.29. Stattdessen posaunt er auf Facebook rum, er hätte das Problem gelöst und die 100 Euro gewonnen, um sich unter seinen Freunden auf Facebook einzuschmeicheln. Nachdem ich ankündigte, noch ein Video zu machen, schickte er mir nochmal eine Tabelle, wo er wohl meint, er hätte jetzt 2. Könige 15.1 und 2. Könige 14.29 wohl gelöst. Einerseits, um seine Freunde, die sich mit der Thematik nicht auskennen, zu beeindrucken. Hier schaut mal, ich weiß ja nicht, was Tenach hat, aber hier ist doch das Problem gelöst. Ich halte Igor nicht für dumm, dass er wissen hätte müssen, dass ich aber auch darauf eingehen werde. Er versucht jetzt ganz schlau Folgendes, um 2. Könige 14.29 zu lösen. Wie ich schon sagte, enthält seine Liste weiterhin Fehler. Der jüdische Kalender sagt, dass Jerobeam und Asayahu gleichzeitig im Jahre 3.115 auf dem Thron kommen und nicht wie hier steht Jerobeam 3.113 und Asayahu 3.1116. Hier dreht es sich Igor zurecht, damit 2. Könige 14.29 irgendwie aufgeht oder zumindest scheinbar. So geht Igor gegen den jüdischen Kalender, um den Fehler zu lösen. Womit ich auch kein Problem habe, so würde ja Igor den jüdischen Kalender korrigieren und die 2. Könige 14.29 Stelle lösen, dass nach Jerobeams Tod sein Sohn Sachaia auf den Thron kommt, was im jüdischen Kalender nicht möglich ist. Ich blende zuletzt nochmal den jüdischen Kalender ein, inklusive Hosea, damit auch Igor zufrieden ist. Daran müssen sich alle Juden orientieren, um 2. Könige 15.1 und 2. König 14.29 zu lösen. Nicht Igors Kalender steht zur Debatte, sondern der jüdische Kalender, den wir hier sehen. Jerobeam und Asayahu kommen im Jahr 3.1115 auf den Thron. Asayahu zählt man wohl noch seinen Thronbesteigungs dazu, das ist kein Problem. Wohlgemerkt gibt es keinen Beweis oder Bibelstelle, wo steht, dass Asayahu erstes Regierungsjahr Jerobeams auf den Thron kommt, sondern in seinem 27. Regierungsjahr. Auf dem 2. Bild wird die Frage gestellt, warum 2. Könige 15.1 sagt, dass Asayahu im 27. Regierungsjahr auf den Thron kommt. Igor schweigt darüber. Was bedeuten kann? A. Er glaubt, Hashem hat sich da vertan mit dem 27. Jahr. B. Der masoretische Text enthält einen Abschreibefehler und es müsste heißen, erstes Jahr Jerobeams und nicht 27. Jahr Jerobeams. Oder? Igor glaubt dem Seder-Ulam-Kalender mehr als dem geschriebenen Wort im Tenach. Und es ist ihm egal, was Hashem schreibt. Auch sehen wir hier, dass Zacharja zu Lebzeiten seines Vaters Jerobeams auf den Thron kommt. Und das widerspricht 2. Könige 14.29. Und Jerobeam legte sich zu seinen Vätern, dem König von Israel, und Zacharja, sein Sohn, wurde König an seiner Stelle. Auch hierzu schweigt Igor. Was hat es zu bedeuten für ihn? A. Er glaubt, Hashem hat sich da vertan mit Jerobeams Nachfolge nach seinem Tod. B. Der masoretische Text enthält einen Abschreibefehler und es müsste heißen, im 40. Jahr Asayahu kam Zacharja, der Sohn Jerobeams, auf den Thron für sechs Monate und nicht im 38. Jahr Asayahu. Oder? C. Igor glaubt dem Seder-Ulam-Kalender mehr als dem geschriebenen Wort im Tenach und es ist ihm egal, was Hashem schreibt. Im dritten Bild wird der jüdische Kalender bis Siskiah abgebildet, woran ich nichts groß auszusetzen habe, da er so gut wie mit meinem Kalender übereinstimmt und hier nicht zur Debatte steht um die 100 Euro. Ich hoffe, dass künftig mehr Juden sich damit auseinandersetzen und das Thema studieren, dass der jüdische Kalender gegen 2. Könige 15.1 und 2. Könige 14.29 spricht. Die 100 Euro liegen immer noch im Pott. Gottes Segen, meine Freunde!